Hallo, ich bin Leonie Pohl, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Steinhude, spiele zurzeit beim SV Hassenberg der ersten Damen. Ich spiele zurzeit Innenverteidiger, Außenverteidiger, alles was mit der Verteidigung so zu tun hat. Und ich freue mich heute, euch die Avesa Traumelf zu zeigen von mir. Meine Avesa Traumelf wird präsentiert vom Familienunternehmen Binder aus Hameln. Binder produziert die besten Gegenstromanlagen der Welt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es werden auf jeden Fall witzige Outtakes auf euch warten. Wenn euch das Format gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit meiner Traumelf. Als Aufstellung habe ich das 442 gewählt, das spiele ich jetzt auch schon seit längerem beim SV Hassenberg. Genau, dann fange ich mal an mit meiner Torhüterin, da habe ich Lea Bungeroth ausgesucht, die spielt momentan bei Hannover 96 den Damen. Und ja, ich kenne sie dadurch, dass wir früher in der Auswahl zusammengespielt haben und wir sind auch jetzt schon seit längerem befreundet. Und für mich ist sie das einfach die beste Teuterin, die ich je kennenlernen durfte. Dann kommen wir zur Innenverteidigung. Luisa, auch Lu genannt. Wir spielen mit ihr beim SV Hassenberg zurzeit. Und ja, wir sind einfach das Traumduo in der Innenverteidigung. Genau, in der linken Außenverteidigung habe ich Christian Körber genommen. Der spielt beim SV Dedensinn momentan. Ich habe früher mit ihm zusammen in meiner Jungsmannschaft gespielt, als einziges Mädchen. Er ist ein cooler Kumpel und kann eine Mannschaft sehr gut von hinten raus führen. Dann auf der rechten Seite in der Innenverteidigung habe ich mich genommen. Natürlich möchte ich in meiner Startelf bzw. Traumelf auch vertreten sein. Ich spiele momentan beim SV Hassenberg, wie erwähnt. Und dann auf der rechten Seite Paul Gauglitz. Das ist auch einer, der momentan beim SV Dedensinn spielt. Auch in meiner Jungsmannschaft früher. Und er ist auch der Kapitän dort gewesen. Und ich denke, der ist sehr wichtig in meiner Traumelf. Dann würde ich weitermachen im rechten Mittelfeld. Da habe ich Emily Niemann aufgestellt. Ist auch momentan beim SV Hassenberg vertretbar. Und genau, auch eine mega gute Freundin. Auch mega wichtig im Spielaufbau und allgemein im Spiel. Und auch einfach eine coole Socke. Dann daneben auf der 6er Position Nathalie Datta. Die kennen bestimmt auch einige. Auch vom SV Hassenberg. Unsere Kapitänen im SV Hassenberg. Und ja, auch eine wichtige Führungsposition. Daneben Bianca Litti, unsere Spielertrainerin. Die mich jetzt schon durch die Auswahl und auch durch den SV Hassenberg geführt hat. Durch sie bin ich erst zum SV Hassenberg sozusagen gekommen. Daneben linkes Mittelfeld. Laura Rischmüller. Die kennen bestimmt auch einige. Spielt auch bei mir im SV Hassenberg bei den ersten Damen. Und ja, sie ist einfach eine Granate auf der Außen. Und auch einfach so schnell. Dann im Sturm habe ich auf der rechten Seite Josephine Atchigöz. Die habe ich früher kennengelernt. Wir haben gemeinsam beim Dice the United gespielt. Heute spielt sie auch beim SV Hassenberg. Ist momentan nicht so oft da. Wegen ihrem Job. Aber ja, die kenne ich schon seit so vielen Jahren. Und ich bin mit ihr viele Vereine und auch die Auswahl durchgegangen. Und daneben Silas Tomczak. Das ist einer der besten Stürmer, die ich kennenlernen durfte. Spielt momentan beim FG Kirchweren-Lattweren. Das ist so ein kleiner Dorfverein in meiner Gegend. Genau. Und zum Schluss mein Trainer, Michael Pohl. Das ist mein Papa. Den habe ich ausgewählt, weil er einfach mich schon mein Leben lang beim Fußball begleitet. und wir alles gemeinsam durchmachen und er einfach der Beste am Rand des Platzes ist, den ich mir dort vorstellen könnte. So, das war es jetzt mit meiner Traum-Elf. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Und weiter geht's mit den Outtakes. Möglich in der Verteidigung. Ach ja, und ich freue mich, meine Traum-Elf von Avesa zu zeigen. beziehungsweise darzustellen. Ist auch nicht richtig Traum-Elf von Avesa? Avesa-Traum-Elf. Vom Familienunternehmen Binder aus Ham. Ja. Binder produziert die besten Stromanlagen der Welt. Produziert die besten Gegenstromanlagen der Welt. Gegen an Strom... Denn am Ende kommen noch ein paar witzige Outfits... Outtakes auf euch zu. Alter, was denn das ist ein... Sorry, ich mache... Schrauben... Das ist geil, Alter. Ey, der... Was hast du gebraucht, willst du mir... Äh... Denn am Ende werden auf euch witzige Outtakes zukommen. Auf euch zukommen? War das richtig? Outtakes auf euch warten? Mhm. Okay. Like und Abo da. Und jetzt geht's weiter mit meiner Traum-Elf. Und jetzt geht's weiter mit meiner Start-Elf. Traum-Elf. Wenn du willst, wie meine Traum-Elf... Avesa Traum-Elf aussieht, dann klick in den Link auf der Bio. In der Bio. In der Bio. Wer in meiner Traum-Elf ist, dann klick in den Link. Auf den Link in der Bio. Okay. Oh mein Gott. Okay. Klick auf den Link in unserer Bio. In der Bio. Klick auf den Link in der Bio. Oh. In der Bio. Dann klick auf den Link in der Beschreibung. Ach, Schatz.